Echte Männer weinen nicht. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß damit. Servus, hier ist wieder euer Patrick und die meisten von euch werden es wissen, bewusst oder unbewusst, ist, echte Männer weinen nicht. Diesen Satz hört man immer wieder und wenn man ihn nicht bewusst gehört hat, dann ist es oftmals so, dass es die Folge ist unserer Erziehung oder der sozialen Konditionierung, dem was wir über Filme, Marketing etc. hören. Es entspricht unserem Ideal eines Mannes oftmals, dass echte Männer nicht weinen dürfen. In diesem Video möchte ich einmal darauf eingehen. Ganz oft höre ich, sowohl von Männern als auch von Frauen, dass sie keine Schwäche zeigen wollen. Und der Grund dafür, dass sie keine Schwäche zeigen wollen, wird natürlich direkt assoziiert damit, dass sie ungern oder eigentlich gar nicht in Anwesenheit von jemand anderem weinen möchten. Denn weinen wird oft assoziiert mit Schwäche oder damit eben Schwäche zu zeigen. Ich sage das aus einer Position heraus von jemandem, der lange Jahre gar nicht mal bewusst, aber unbewusst gedacht hat, dass sich das genau so verhält. Aus dem Grunde habe ich zum Beispiel, ich glaube von meinem 15. bis 23. oder 24. Lebensjahr, glaube ich, gar nicht geweint. Also nicht einmal. Und ich hielt das auch für normal, denn ich hielt mich für männlich, ich hielt mich jetzt auch nicht für ein Weichei in Anführungsstrichen. Also habe ich, wenn mir irgendwas extrem nahe ging, das immer mehr oder weniger mit mir selbst ausgemacht und habe aber alles gemacht, um nicht weinen zu müssen. Der Punkt ist folgendes. Gefühle an sich sind eine der wenigsten Sachen, die man immer mitnimmt, wenn man sie verdrängen will. Und es gibt diesen schönen Satz, wer immer alles unter den Teppich kehrt, stolpert irgendwann darüber. Mittlerweile habe ich für mich erkannt, dass es sich genau umgekehrt verhält. Das, was im Volksmund so verbreitet ist, dass echte Männer nicht weinen, weil es als schwach assoziiert wird, ist im Kern exakt umgekehrt. Und für mich sind heute die Männer schwach, die nicht weinen, weil sie glauben, es sei schwach zu weinen. Und das klingt jetzt erstmal komplett paradox, aber ich möchte in diesem Video erzählen, wie ich darauf komme und warum ich aus den letzten zehn Jahren Persönlichkeitsentwicklung und Arbeit an mir selbst auf verschiedensten Ebenen zu genau diesem Entschluss gekommen bin. Wenn man sagt, dass echte Männer nicht weinen, dann spielt man in erster Linie oft genau das an, was ich eben meinte. Man möchte vermeiden, Schwäche zu zeigen. Der Punkt ist aber folgendes. In letzter Instanz sind wir alle, egal ob wir Männer sind, Frauen sind, groß sind, klein sind, dick sind, dünn sind, schwarz sind, weiß sind oder was auch immer, Menschen. Und wir Menschen haben eine gewisse Range of Emotion. Wir empfinden alle Gefühle wie Glück, Trauer, Neid, Hass, Liebe etc. Das sind alles Gefühle, die wir real empfinden. Das heißt, zuallererst stellt sich nicht die Frage, dürfen wir diese Gefühle empfinden oder nicht, denn die sind in der Regel da, sondern folgern stellt sich nur die Frage, dürfen wir diese auch zeigen? Und dann kommen wir zu einem interessanten Gedanken oder zu einem anderen Punkt. Denn, wieso ist es stärker, etwas, was faktisch da ist, nicht zu zeigen? Wieso sollte es stärker sein, wenn ich zum Beispiel eine Freundin an meiner Seite habe und ich habe eine Trennung oder man hat einen extremen Streit und ich bin voller Trauer? Wieso sollte es stärker sein, nicht zu weinen, wenn alles darauf hindeutet, dass ich traurig bin oder dass mich etwas verletzt oder dass mich etwas enorm kränkt? Mittlerweile habe ich für mich den Entschluss getroffen, dass genau das falsch war in der Vergangenheit bei Entscheidungen meinerseits. Denn in dem Moment, wo ich meine Gefühle unterdrückt habe, wie zum Beispiel Trauer oder Wut oder irgendetwas, was mich hätte zum Weinen bringen können, habe ich es in mich hineingefressen, wie man sagt. Ich habe es mit mir selbst ausgemacht, denn ich war ja männlich. Und das Ergebnis davon war, dass andere mich nicht wirklich sehen konnten. Mit sehen meine ich, nicht wirklich sehen konnten, was in mir los ist, was in mir abgeht. Viele Frauen hielten mich zum Beispiel für emotionslos oder gefühlskalt, weil selbst wenn man irgendwie einen Streit hatte, der die Existenz der Beziehung gefährdete, wirkte es, als wäre mir das zum Teil egal, weil ich nie etwas gezeigt habe, wie Trauer oder ich habe nie geweint, um damit meine Trauer zum Ausdruck zu bringen. Das wiederum fiel in einigen Momenten auf mich zurück. Es gab Beziehungen, die auseinandergingen in meinem Leben, weil Frauen das Gefühl hatten, dass diese Frauen überhaupt keine Relevanz in meinem Leben hatten. Aber dem war nicht so, im Gegenteil. Diese Frauen waren mir zum Teil unglaublich wichtig und ich war auch unglaublich traurig, als diese nicht mehr in meinem Leben waren. Aber ich konnte es nicht zeigen. Ich konnte es nicht zeigen aus dem Grund, weil ich es gelernt habe von der Erziehung, von der sozialen Konditionierung und ähnliches, dass ein Indianer keinen Schmerz kennt oder echte Männer nicht weinen. Und aus diesem falschen Verständnis heraus hielte ich es für wesentlich sinniger, das auch nicht zu tun. Das Ergebnis war aber genau das. Das heißt, ich hatte einen wesentlich schlechteren Draht zu anderen Menschen und auch zu Frauen, weil ich nicht nur das Weinen, sondern auch meine Gefühle als solche in jeglicher Ausrichtung nie wirklich gezeigt habe und auch nie darüber gesprochen habe. Denn auch wenn ich wütend war, enttäuscht oder traurig, konnte ich es nicht nur in Bezug auf das Weinen, sondern auch in Bezug auf die Gefühle als solche nie wirklich zum Ausdruck bringen, weil ich es nicht gelernt habe. Nicht nur, indem ich das Weinen nicht gezeigt habe, ich habe auch Trauer an sich oder Enttäuschtheit nicht gezeigt und auch nicht kommuniziert. Aber Kommunikation ist innerhalb jeder Beziehung das A und O. Und ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass je mehr man kommuniziert und je mehr man Dinge verbalisiert und anspricht innerhalb einer Beziehung, umso enger und umso fester wird die Beziehung, denn umso klarer sieht man sich gegenseitig. Wenn meine Partnerin mir nicht zeigt, dass sie in gewissen Situationen vielleicht wütend ist oder traurig ist, woher soll ich sehen, dass dies der Fall ist? Wir sind alles kein Hellseher, wir haben alle keine Glaskugel. Das heißt, wenn ich mich auf mein Gegenüber einstellen will, wenn ich empathisch sein will, dann muss ich davon ausgehen, dass mein Gegenüber mir sein wahres Ich zeigt. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, wie willst du erwarten, dass jemand deine Tränen sieht, wenn du deinem Gegenüber nur deine Maske zeigst? Ich habe mich in der Vergangenheit ganz oft in Situationen wiedergefunden, wo ich todtraurig war und mich als Mann überhaupt nicht verstanden fühlte von meiner Partnerin. Und ich habe meiner Partnerin zum Teil in der Vergangenheit die Schuld dafür gegeben. Ich dachte, sie muss doch mal mehr Verständnis haben, das muss sie doch verstehen können, wie kann sie nicht sehen, dass sie mich das aufregt und so weiter. Nun, es ist relativ leicht, rückblickend betrachtet, denn auch sie oder die Frauen in meiner Vergangenheit hatten keine Glaskugel, sie konnten nicht hell sehen. Und wie sollten sie sehen, dass mich was stört, wenn ich das nicht zum Ausdruck brachte oder nicht gezeigt habe, nicht kommuniziert habe oder auch nicht zum Ausdruck bringen konnte, wenn ich extrem traurig war? Zum Glück hatte ich das große Glück, einige Menschen an meiner Seite zu haben, die mir das gesagt haben, was ich jetzt zum Beispiel hier in diesem Video sage. Und die Folge davon war, dass ich das Ganze überdacht habe. Das heißt, ich bin in mich gegangen und habe gedacht, nun, vielleicht ist es gar keine Stärke, das, was faktisch da ist, nicht zu zeigen. Vielleicht ist genau das Schwäche. Und ich habe es anders versucht. Und ab diesem Moment habe ich gesagt, wenn mich was wütend macht, ich habe gesagt, wenn mich was traurig macht, ich habe auch in, versteht mich bitte richtig, es geht nicht darum, dass, wenn man hinfällt und einen Kratzer am Knie hat, weint und um Hilfe bettelt. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht darum, dass wir alle Sachen haben, die uns sehr nahe gehen. Die Frage ist nur, wie sehr wir es zeigen. Und umso mehr wir das zeigen, was uns wirklich berührt, umso mehr bekommen wir Verständnis für das, was uns wirklich berührt. Denn wir können nur das vom Außen wiederbekommen, was wir ins Außen geben. Und wenn wir keinem von uns eine verletzliche Seite an uns zeigen, dann wird keiner von uns, keiner von den anderen auch wahrnehmen, dass auch wir ein Mensch sind, männlich, aber auch menschlich sind und eben darum Gefühle haben in jeder Bandbreite. Gefühle zu zeigen, führt näher zueinander innerhalb jeder Beziehung, denn man bekommt ein klareres Bild von dem Gegenüber. Man sieht, okay, das sollte ich vielleicht beim nächsten Mal nicht so sagen, weil das verletzt mein Gegenüber. Oder das sollte ich vielleicht nicht so sagen, weil das macht mein Gegenüber wütend. Umso genauer wir uns darauf einstellen können, umso harmonischer wird jede Beziehung zueinander. Und umso näher lernt man sich kennen, umso besser lernt man sich kennen. Doch die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Größe haben und die Stärke haben und die Fähigkeit haben, dass wir über unsere Gefühle reden und diese auch zum Ausdruck bringen können und zeigen. Das heißt, das Fazit dieses Videos ist, wenn du denkst, dass du männlich bist, weil du nicht weinst, geh einmal in dich und denk darüber nach, ob es vielleicht nicht genau umgekehrt sein könnte. Wenn du das dein Leben lang unterdrückst und du bist innerlich unglaublich erfüllt, glücklich, ausgeglichen, zufrieden, hey, never change a running system, dann bleib dabei. Aber die Erfahrung aus meinem Coaching in den letzten Jahren hat gezeigt, dass ganz viele Männer vor allem, die ihre Gefühle nicht zeigen, bei Frauen ist das übrigens genauso, aber Frauen sind von der Tendenz her eher besser darin, weil Frauen untereinander, zumindest untereinander, sich oftmals über Gefühle austauschen, während wir Männer oft beim Thema Fußball oder ähnliches bleiben und eher rational über Sachen reden. Um da nochmal einen kurzen Loop zu schlagen, wenn Frauen traurig sind, die weinen miteinander, die nehmen sich in den Armen, die trösten sich gegenseitig, die reden darüber. Wenn Männer traurig sind, dann heißt es, ach komm Junge, das wird schon, Kopf hoch, lass ein Bier trinken gehen und so weiter. Und auch das ist eine super Möglichkeit und es hat auch eine gewisse Daseinsberechtigung, dass man sich unter Männern so verhält. Aber gerade wenn es in Bezug auf Beziehungen kommt und wenn es darum geht, dass man sich näher sieht und besser kennenlernt, reflektiert darüber und denkt darüber nach, dass gesetzt dem Fall, dass du nicht vollkommen erfüllt und zufrieden und glücklich bist und dich vielleicht von deiner Partnerin nicht verstanden fühlt, es daran liegen könnte, nicht dass deine Partnerin verständnislos ist, sondern dass du vielleicht derjenige bist, der nicht imstande ist, zu zeigen, was ihn wirklich berührt und was wirklich in ihm vorgeht. Meine Erfahrung zeigt, je mehr du zeigst, was in dir vorgeht, umso mehr Verständnis wird dein Gegenüber dafür aufbringen, umso mehr wird man sich gegenseitig abgleichen, umso harmonischer wird die Beziehung im Allgemeinen, umso mehr wird man sich vertrauen können, umso mehr wird man sich verstehen können, umso näher wird man sich kommen und die komplette Beziehung wird auf eine komplett andere Ebene gehoben. Das heißt, wenn du nicht glücklich bist in deiner Haut aktuell, spiel mit dem Gedanken, ob es da einen Zusammenhang geben könnte. Ich bin nicht derjenige, der sagt, tu es nicht, tu es anders, sondern ich bin dafür da, Denkanstöße zu geben, eventuell zum Umdenken anzuregen, aber ich kann immer nur die Tür zeigen, hindurch gehen muss man immer selbst. Das wäre mein Appell an dich als Mann, dass wenn du dich unverstanden fühlst, mit dem Gedanken zu spielen, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass du aktuell nicht imstande bist, zu zeigen, was wirklich in dir vorgeht. Probier es aus, tu es einfach mal, du hast nichts zu verlieren, außer vielleicht dein Ego, gewissermaßen. Probier es aus, gucke, was passiert, und dann gibt es zwei mögliche Reaktionen deiner Partnerin. Die Reaktion Nummer 1 ist, und das ist vielleicht der Worst Case, sie wird dich auslachen, nicht ernst nehmen oder ähnliches. Wenn dem so sei, denn spricht vieles dafür, dass es nicht die richtige Partnerin ist. Punkt aus. Wenn deine Partnerin dich liebt und kein Verständnis zeigt für wahre Gefühle, die du zeigst, dann ist das, glaube ich, keine solide Basis für eine harmonische Beziehung. Wenn du es aber versuchst und auf einmal komplett andere Ergebnisse seitens deiner Partnerin erntest, weil sie auf einmal merkt, wer du wirklich bist, dich besser sieht und sich besser auf dich einstellen kann, dann wirst du Ergebnisse ernten, von denen du jetzt noch niemals eine Ahnung hast, dass es sie gibt. Und es wird deine Beziehung vermutlich auf eine komplett neue Ebene bringen. Viel Spaß mit dem Ausprobieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Adios.